Ich lerne Deutsch. Nummer 3035 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das muss man probieren. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Das muss man probieren. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Ich möchte noch mehr Dinge mitnehmen. Passen zwei weitere große Taschen ins Auto? Passen zwei weitere große Taschen ins Auto? Also, ich habe alles berechnet. Ich habe nicht genug Geld. Eine Frau trägt schwarze Mascara auf ihre Augen auf. Eine Frau trägt schwarze Mascara auf ihre Augen auf. Möchtest du heute Abend mit mir in die Bar gehen? Möchtest du heute Abend mit mir in die Bar gehen? Möchtest du heute Abend mit mir in die Bar gehen? Ich bin Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Ich bin Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Im Topf ist frisch gekochte Erbsensuppe. Kleine Brotscheiben liegen in einer weißen Schüssel. Aus dem Fenster sehe ich eine Tragfläche des Flugzeugs. Aus dem Fenster sehe ich eine Tragfläche des Flugzeugs. Aus dem Fenster sehe ich eine Tragfläche des Flugzeugs. Danke für diesen Gedanken. Ich freue mich, dass ihr alle so rege an der Diskussion teilnehmt. Viele Lebensmittel werden aus Pflanzen hergestellt, aber sie sehen aus wie Fleisch. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Sie sind immer für mich da. Ich habe viel Sport gemacht. Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Ich habe viel Sport gemacht. Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Muss dieser Koffer wirklich noch mit? Es ist kaum noch Platz im Auto. Es ist kaum noch Platz im Auto. Wir sind eine große Familie und wohnen alle zusammen in einem Haus. Wir sind eine große Familie und wohnen alle zusammen in einem Haus. Jemand wirft Konfetti. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Jemand wirft Konfetti. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Jemand wirft Konfetti. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Wie viele Bücher kannst du balancieren? Geht das auch mit fünf Büchern? Ich liebe es Lieder auf dem Klavier zu spielen. Eine Sonnenblume kann mehr als 2000 Sonnenblumenkerne enthalten. Kannst du mir hierbei helfen? Ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Kannst du mir hierbei helfen? Ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Das hast du richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das hast du richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Es tut mir so leid, was ich getan habe. Kannst du mir verzeihen? Ich habe dieses Lied ewig nicht gehört. Es muss 20 Jahre alt sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.